Hast du einen Park aktiv? Gut, ich habe es gleich mal vergessen. Dann muss ich nochmal. Auf geht's. Hast du die Tore zugemacht? Ja. Dann wird die Kästlein, wenn du nicht. Doch, ja. So einfach geht das durch. Ups. Ja, das ist Intermin-Qualität. Was willst du da erwarten? Möglicherweise muss ich den Schlüssel jetzt noch drehen. Wenn er so viel Geld für bezahlen muss. Ich muss den Schlüssel ausdrehen. Sonst gehen die Bügel wieder hoch und lassen gar nicht unterdrücken. Zwei, die ein, zwei, drei, zwei, 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 drei, zwei, drei... Zweites Mal. Scheiße. Vielen Dank.